hallo und herzlich willkommen hier auf öpnv simulationen ich bin's der bio begrüßt euch und freue mich dass du einschaltest hier zu einem kleinen update wie du der öpnv news denn jetzt hat halikon media ein video veröffentlicht zum jahr in den öpnv news genannten auxi expansion dlc wie gesagt gibt es jetzt ein video rund drei minuten lang ist das ganze und wie wenn es das ganze mal jetzt gemeinsam mal anschauen und wir mal gucken ob da so funktion bei ist die wir toll finden oder sind die funktion eher alsamt ihr schwachsinnig deswegen würde ich sagen starten wir mal das video und gucken doch dort mal am besten rein dazu müssen wir das so und so machen und so machen und hier sehen wir jetzt das ganze wie gesagt publisch von halikon media und mit der entwickler war genau hier paul weiss ltd so hier haben wir das auch sie expansion und damit wie gesagt geht es los mit den neuen funktionen hier haben wir zum beispiel eine wo wir die kamera also die sitzposition jetzt einstellen können was es so in um sie ja noch nicht gegeben hat wenn ich ziemlich spannend weil ich bin dann selber busfahrer und nicht jeder mensch ist gleich groß du musst halt jedes mal immer neu einstellen von daher ist es ziemlich cool die dynamische kamera folgt der lenkrad bewegung finde ich sehr sehr geil das ist eigentlich in heutigen bus simulatoren ist das halt mit dabei ja aber wie gesagt wir gucken uns das video mal ganz kurz an und wenn danach noch mal drüber sprechen ai planer wo wir denn hier die fahrzeuge und die geparkten fahrzeuge instant im spiel einstellen können also wir müssen dazu nicht mehr in den optionen und alles was das ist auch ziemlich nice hier text to speech ansagen für alle maps und busse frei wählbare prefix wie nächster halt ist das ist ziemlich cool frei platzierbare auxi menüleisten weil die liegt nämlich genau da wo die bbs leiste ist wir haben hier echtzeit wetter von tomau.io ist mit dabei und wir haben hier umfangreiche fahrer statistiken das ist auch ziemlich spannend ja gerade wenn er zum beispiel gucken willst wer ist der beste busfahrer könnte für den einen oder anderen doch ein bisschen interessant sein bus vorheizen funktion da ist der bus schon in der optimalen temperatur finde halt spannend dass die yorkshire genommen haben als dlc der opel tools der opel tools ja zahlreich innere zahlreiche um sich variablen weiß noch nicht also für für leute die damit sich auseinandersetzen ist das bestimmt spannend ich habe damit jetzt relativ wenig am hut aber die können da bestimmte funktion damit einstellen oder irgendwas also hier auf jeden fall ist was mit der lenkrad achse zu tun hier auf der linken seite und ja wozu man das braucht vielleicht kann das harley kann ja mal bis noch mal ausweiten von daher sehen wir auch zum beispiel rechts oben fenster sind frei platzierbar das hat nichts irgendwie verschwindet das ist multi language so dass wir müssen jede sprache haben ja und das war es auch schon mit dem video von auxie ja also was haben wir denn jetzt so spannendes gesehen im großen und ganzen steht hier unter dem videoeintrag so hier kommt frischer wind und oben sie in der reihe der omsi tools kommt mit auch sie ein echtes multi talent auch sie ist abgeleitet vom englischen wort auxiliary und bedeutet hilfe dieses addon hilft dem omsi spieler in vielerlei hinsicht denn auch sie wertet omsi noch mehr auf und hilft so den fahrspaß noch mehr zu steigern hier war auch eine funktion also hier ist eine funktion eigentlich mit enthalten die lobby hier nicht gezeigt wurde also was haben wir denn hier an features so die benutzer oberfläche von auxie kann frei platziert werden die synchronisation der omsi spielzeit kompatibel mit dem bus betriebs simulater bbs ja also das ist halt komplett mit dem bbs kompatibel das ist sehr gut fahrerkamera folgt den link der lenkrad bewegung und das ist natürlich eine funktion die ich persönlich ziemlich spannend finde weil wenn du halt links guckst du ja nicht einfach nur schnurstracks geradeaus du musst es entweder mit der maus musst du halt in die richtung gucken oder du hast halt per tastendruck hat immer die entsprechende richtung gedrückt jetzt und jetzt folgt dem link gerade also wenn du jetzt eine leichte lenkbewegung machst dann geht das halt auch mit wie zum beispiel auch bei the bus oder anderen bus simulatoren die das ja mittlerweile drin haben wie gesagt ist jetzt mit integriert dass das finde ich super spannend zumal ich mir auch frage so macht das die performance auch mit weil ihr wisst ja manchmal da lädt das und ruckelt das wenn du da in kurven fährst oder sonst irgendwas bin ich mal gespannt wie das da funktioniert aber auf jeden fall eine sehr sinnvolle meine meinung nach eine sehr sinnvolle funktion die mit eingebaut wurde fahrersitz kann verschiedenen weisen eingestellt werden höhe vor und zurück und also dementsprechend der das sichtfeld damit verändert werden wie gesagt jeder mensch ist anders der eine ist kleiner der andere ist größer der eine ist dicker der andere ist dünner und dementsprechend steigst du ja nicht in den bus ein und der ist schon fertig sondern du musst die erst mal in die richtige position stellen ob tief und runter also das finde ich noch mal macht noch mal ein bisschen den realismus grad jetzt noch mal ein bisschen höher und wie gesagt ihr könnt es jetzt besser einstellen dass ihr gerade beim scania habe ich immer das gefühl dass das halbe bild halt nur mit dashboard versehen ist dann das können wir jetzt hier dementsprechend jetzt ändern indem wir einfach den sitz ein bisschen höher machen und alles was na also finde ich schon persönlich auch ein relativ cooles future was dabei ist fortschrittliches wettersystem dank anbindung an tomo.io mit regelmäßigen updates alle zehn minuten und deutlich mehr wetterstationen das finde ich auch nicht mal so verkehrt dass das wetter diese wetter die ganzen dings da funktionieren halt gefühlt nicht richtig ja da wechselt das glaube alle stunde wenn du das von den omsi hauseigenen wettersystem nimmst ich habe ja hier dieses enhanced dlc wo ich ja sowieso immer mit diesen eher sturmwolken fahr für dich ziemlich nice es regnet nicht aber es ist halt super dunkel bewölkt sieht schick aus wenn man jetzt hier so ein richtiges wettersystem drin wäre das schon nice mal gucken ob das funktioniert wenn wir uns auf jeden fall angucken die tts ansagen also text to speech für jede karte jeder haltestelle und jedes busfahrzeug die ansagen kann eingestellt werden finde ich auch persönlich interessant es gibt ja natürlich hier über omsi webdisk und sonst irgendwie was kannst du dir die ganzen ansagen herunterladen oder sie hören sich einfach blöd an oder keine ahnung kannst du das ganze jetzt nicht über dieses text to speech nehmen das ja es wird jetzt auch nicht sonderlich besser klingen aber bevor ihr gar keine ansagen habt könnt ihr diese funktioner den dementsprechend benutzen der kai plan erinnern sie je nach wochentag und tagesseite den verkehr auf der karte nach ihren wünschen ohne die konfigurations datei der karte oder die omsi einstellung manuell zu ändern individuell einstellbare fahrzeuge und passagierdichte pro stunde für noch mehr realismus finde ich eigentlich auch ziemlich nice weil wie gesagt wenn ihr spielt habt ihr doch schon mal probiert mal in diese omsi einstellung zu gehen hui ja das kann manchmal schon eine weile dauern und nur um das alles einstellen ich glaube du musst dann eh neu starten damit das ganze auch übernimmt und hier kannst du das jetzt innerhalb des spiels aufnehmen also ändern halt jetzt ja das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt spart auch noch mal ein bisschen performance und alles sowas hat wenn du hier zum beispiel die parkenden fahrzeuge noch mal runter steht und wie sie ja hier schon schreiben du musst nichts an irgendeine datei formeln sondern kannst es ganz bequem hier über dieses über den KI planer einstellen zahlreiche neue fahrer statistiken kilometer anzahl der hand stellen bediente fahrgäste für späte oder verfrühte haltestellen umsatz etc diese werden nach karte und datum aufgeschlüsselt auch ziemlich nice gerade wenn man jetzt so wie meine wenigkeit schon so auf die ganzen statistiken achtet ja finde ich das gar nicht mehr so verkehrt wie gesagt ist jetzt aber so ein kleines spielzeug muss man dazu sagen wichtige funktionen könnte sich jetzt zum beispiel was natürlich klasse wäre wenn du dir jetzt einen anderen mit spieler suchst ihr beide fahrt die gleiche linie oder sowas dann könnt ihr euch da halt wirklich dran messen ja an statistiken auch ziemlich nice so die funktion bus vorheizen ja manchmal kennt das ja selber entweder ist der bus zu warm oder zu kalt oder sowas hier können wir die funktion jetzt praktisch dann ja einstellen dass der bus jetzt wirklich konstant einfach jetzt diese temperatur hat und dann bleibt diese auch die ganze zeit ist auch nicht so verkehrt ich glaube ich habe hier teilweise zwei drei busse wo du die heizung nicht wirklich bedienen kannst da kannst du es jetzt hier manuell einstellen ja das so dass da jetzt die 19 grad denn da sind also auch nicht ganz so schlecht mitgelieferte entwickler tools da damit können nur die leute was anfangen die damit auch was zu tun haben ja meine wenigkeit ist dafür ein bisschen zu blöd und dementsprechend ist das halt für mich leider nichts benutzeroberfläche in englisch deutsch französisch und polnisch ist mit dabei das wäre auch ganz alle sprachen mit enthalten ich hoffe nur dass die staatssprache nicht gleich wieder französisch ist und dass im handbuch auch drin steht dass man das einfach so wechseln kann was ich mir persönlich noch ein bisschen gewünscht hätte ist wenn du den zum beispiel du musst den ja glaube manuell starten den auxi dass er da automatisch schon diesen 64 bit patch da jedes mal mit installiert so musst du das halt nicht manuell machen oder sonst irgendwas weil du öffnest die datei und dann überspielt ja automatisch diese 64 bit datei weil ich glaube es war auch meiner meinung nach stand das auch gestern noch da oder dass man gerade bei längeren spiel sessions die die performance nachgelassen hat und ach hier auxi behebt auch ein problem mit der spielzeit von omsi die bei schlechteren frameraten gerne mal aus dem takt gerät auxi ist kompatibel mit dem busbetriebs umlaute bbs genau und wie gesagt dass du manchmal halt wenn ich so eine eine stunde karte fährst oder sowas dass die performance manchmal schon so ein bisschen in die knie geht da also da wäre auf jeden fall der 64 gigabyte patch eigentlich noch dass man den halt von vornherein schon immer mit startet das wäre noch eine coole funktion gewesen weil man sich denn darum dann halt auch nicht mehr kümmern muss ihr wisst das selber ja fängst du an zu spielen weil du schon längere zeit nicht mehr gespielt hast macht man normalerweise den vier den vier gigabyte patch darauf 64 gigabyte sage ich immer mal den vier gigabyte patch dann ja vergisst du das dann halt und dann wie gesagt wenn der das dann automatisch in starten würde dann wäre das cool hier hat auch jemand unter den kommentaren schon mega geile funktion jetzt wird nur noch eine 460 bit version von omsi die kannst du ja nicht einfach so hinzufügen ein ender was um sie zwei so performance freundlich wie nur möglich machen würde durch zu optimieren ja gut das muss man halt selber machen halt dass jeder pc ist halt wirklich anders und weiß der geier die zeit zu gründen ist ja schön und gut aber dies bedeutet nur dass ich durch ruckeln und verspätung bekomme keine ahnung was er damit meint auf jeden fall ich finde das ganze gar nicht mal so verkehrt ja ich wie gesagt ich war schon ein fan von diesen entensten dlc und das jetzt im harley konntar jetzt ein weiteres expansion raus bringt also oxy haben sie auch bei uns in den letzten öPNV news runtergeschrieben dass es auch sie heißt wie gesagt finde ich sehr spannend ich bin mal gespannt wann es kommt erst mal also release wurde jetzt noch nicht angegeben da steht nur coming soon am ende dran und ja werden sie uns auf jeden fall angucken also wie gesagt ziemlich cool finde ich das halt mit der kamera bewegung das text to speech bin ich ziemlich cool und dass du jetzt den fahrersitz einstellen kannst finde ich ebenfalls das sind drei wichtige schon drei wichtige funktionen für um sie und ob das das ohne probleme mitmacht da bin ich mal gespannt wie sagt bleibt nur noch auch noch die frage des preises mal gucken auch da ist mal noch nichts bekannt so also steht auch noch nichts dazu da ja wir halten euch natürlich weiterhin auf den laufenden ja wenn da wieder neue informationen von auch sie kommen aber jetzt könnt ihr gerne mal in die kommentare posten was ihr davon so haltet ich hoffe wir nehmen jetzt hier nicht harley kon jetzt ihre ganze große premiere jetzt hier weg das war jetzt nicht unsere absicht aber wie gesagt um sie ist so mein steckenpferd und deswegen habe ich bin ja auch alleine und habe jetzt hier kein mitgebracht weil die anderen sowieso keine ahnung haben nein aber wie gesagt es ist ja nur mein steckenpferd um sie und ich finde dieses tool eigentlich gar nicht mal so verkehrt also bin da schon so ein bisschen gespannt was es denn im endeffekt denn so alles kann wie gesagt nutzt doch gerne mal die kommentarfunktion schreibt es doch mal unten rein ob auch sie was für euch wäre oder er sagte er das ist halt wieder so ein tool was wieder kein mensch braucht nutzer wie gesagt gerne mal die kommentarfunktion schreibt es mal unten drunter und lasst uns mal davon teilhaben und sobald es denn da ist wenn wir uns auf jeden fall angucken also wenn es denn im ja steam denn erschienen ist hoffentlich wenn wir da gleich vorne mit dabei sein ich bedanke mich auf jeden fall dass ihr dabei wart und hoffe dass ihr jetzt nicht so gelangweilt wurde jetzt von mir jetzt hier aber wie gesagt die ganze funktion finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt also von daher wenn das video gefallen hat lasst gerne like da schreibt gerne in die kommentare und sonst sehen wir uns ja demnächst wieder hier zum großen start hier am 1.9 ich würde mich freuen euch da begrüßen zu dürfen aber davon kommt ja noch mal eine öPNV-News bis dahin danke fürs zuhören tschüss und bis zum nächsten mal